Als ich das Mädchen kennengelernt habe, wusste ich sofort, die, die könnte alles mit mir machen. Aus meiner Selbstverteidigung habe ich ihr erzählt, dass ich eine Frau und drei Kinder habe. Ich brauche nur vorübergehend eine Frau. 15 oder 20 Minuten. 15 oder 20 Minuten? Ich habe mich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt. Ich brauche jemanden, der die Rolle meiner Frau spielt. Nennen Sie mich Stefanie. Schließlich werde ich ja nicht mehr lange, Mrs. Winston, sein. Vielleicht ist es dir selber gar nicht aufgefallen, aber deine Frau liebt dich immer noch. Wie? Ja, deine Frau liebt dich sogar jetzt noch. Wir haben mir da eine schöne Suppe eingebraucht. Ich? Ja, in irgendein Besuch bei Antonia. Aber es war doch ihr ausdrücklicher Wunsch. Ich fliege auf Ehrlichkeit. Die Männer haben mich alle angelogen, bis es mir gereicht hat. Nur Julian hat von Anfang an nicht verschwiegen, dass er Familienvater ist. Ist es ein Abszess? Oder ist es ein Nervtod? Muss der Sand geschorgen werden? Muss in allen Szenen doch sein? Aber wer? Doch, doch bitte, doch sagen Sie doch einfach, doch, 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 bitte! Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Nehmen Sie den Ihnen verbliebenen Rest an Mut zusammen und gestehen Sie ihr alles. Es ist höchste Zeit. Ich flehe Sie an. Helfen Sie mir noch einmal. Geben Sie zu. Es hat Ihnen Spaß gemacht. Geben Sie es zu. Naja, es gibt so ein paar Maßen.